Hallo, herzlich willkommen heute auf meinem Kanal. Und jetzt ist ja gerade die Frühlings-Sommerzeit und wer kennt es nicht, das Schwitzen. Und wenn man morgens früh geduscht hat und verwendet dann ein Deo, und weil es ja momentan auch immer so eben im Gespräch ist, vor vielen Jahren, habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, sind da Aluminiumsalze in einem Deo enthalten oder nicht. Aber letztes Jahr habe ich dann auch gedacht, na gut, schwingst du mal um. Und ich habe letztes Jahr schon verschiedene probiert und irgendwie kam ich mehr schlecht als recht über den Sommer. Über den Winter kam ich ganz gut mit dem CD zurecht, das ja auch ohne Aluminiumsalze ist. Aber jetzt erst plötzlich habe ich dann auch, wenn ich morgens dusche, komme mittags von der Arbeit nach Hause. Und dann denke ich, na wie moffle ich denn schon, also man fühlt sich nicht mehr frisch. Da habe ich mir gedacht, so jetzt muss ich was sowieso auf dem Weg zur DM-Druckerie, jetzt muss ich noch was anderes kaufen. Und über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit meinen Deos, möchte ich euch jetzt gerne berichten. Das Balea Deo Sensitiv ist ohne Aluminium, Alkohol und Ethanol. Soll 48 Stunden halten, das hat es bei mir definitiv nicht. Und nach der Rasur aufgetragen, hatte ich Rode Stillen und Brennen. Und das Deo BB Young & Care ist ein sehr mildes. Und ich habe mir gedacht, das heißt ja auch Deo Balsam, habe mir das gekauft. Aber es hat auch nur einen guten halben Tag gehalten und war nicht geeignet für den Sommer. Und dann habe ich CD, Deo verwendet, Wasserlilie als Spray und habe mir das mitgenommen in den Urlaub. Es soll ja ganze 24 Stunden halten und ich muss sagen, über den Winter hält es auch was ist verspricht. Und ich habe mir dann den Deo Roller dazu gekauft. Jedoch für den Sommer nicht optimal. Und nun habe ich mir wieder das Rexona Cotton 3 gekauft, das ich früher schon hatte. Und es hält für 48 Stunden, also es hält wirklich einen Tag. Allerdings sind halt Aluminiumsalse drin, wo ich eigentlich vermeiden wollte. So, jetzt wisst ihr, wie, welche Produkte ich derzeit jetzt verwende. Und ja, die Idee von dem DM Magazin habe ich rausgenommen, jetzt aktuell im Mai stand drin eben. Man kann ja auch dieses ohne verwenden, durchaus Tage, die man sagt, okay gut, da habe ich keine so wichtigen Termine und es geht oder es ist nicht so heiß. Aber wenn wichtige Termine anstehen, dass man eben dann doch mit Aluminiumsalse, also ein richtiges Deo verwendet. Aber dass man das gar nicht täglich benutzen muss, wenn man es dreimal in der Woche benutzt, das ausreicht für die anderen Tage, dass man dann durch die anderen Tage sozusagen auch eines nehmen kann ohne Aluminiumsalse. Und das werde ich jetzt austesten und gucken, ob ich so gut über den Sommer komme. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir über eure Erfahrungen berichtet, wie ihr wirklich den ganzen Tag ohne Schweißgeruch auskommt, mit welchem Deo. Und wenn es auch welche gibt, dann auch ohne Aluminiumsalse, würde ich mich freuen, wenn ihr mir da Kommentare da lassen würdet. Und ansonsten wisst ihr ja, hier ist mein Kanal. Könnt ihr gerne kostenlos abonnieren, da freue ich mich natürlich drüber. Und oben habe ich dann auch noch Videos verlinkt, die ihr gerne könnt mal reinschauen. Ja, dann sage ich für heute, ciao.